Hallo und herzlich willkommen, meine Freunde, zurück zu Super Mario The Trip Great Ocean. Das OBS gerne mal meine Stimme schluckt, also wundert euch nicht. Wahrscheinlich werde ich doch noch ein besseres Mikro haben müssen. Ah, die kann man nicht abschießen. Aber ich glaube, die Art von Gegnern habe ich aber auch schon mal gesehen. Okay, die Münze war jetzt noch wirklich nicht schwer zu holen. Hatte das Ding jetzt ein Secret Exit? Das weiß ich gerade nicht. Na ja, werden wir gleich sehen. Das ist die letzte Coin. Okay. Okay, das hatte kein Secret Exit, dafür das nächste. Wobei, ich glaube nicht mal, dass wir unbedingt alle Star-Trons brauchen. Ähm, Yoshi-Trons, sorry. Sterb. Ah! Checkpoint. Okay. 30 Leben! Wow! Was? Ich war doch noch auf dem Wind drauf! Was war das denn? Egal, Hauptsache Level geschafft! Aber Yoshi hätten wir so oder so nicht mitnehmen können! Jumping Fish Beach Ja, du, ich prob mal eben schnell nach dem Secret Exit Bestimmt in einer Röhre! Aber den Stern ja immer mit! Ist das Link's Awakening Musik? Hat sich vermisst zumindest so an! Ich bin schon mit einem Schraub. Das ist richtig, wenn ich so gut schreie. Ja, toll. Dafür habe ich jetzt den Yoshi geopfert. Geil. Okay, da kriegen wir einen neuen. Habe ich dich jetzt? Nein. Ja, toll. Das ist jetzt schon das zweite Secret Exit, was ich nicht finde. Wie kann man die denn nur so beschissen verstecken? Und das in den ersten Welten. Das ärdert mich jetzt gerade wirklich. Ja, toll. Okay, nee, das ist doch nicht Link's Awakening Musik. So, sorry. Ich habe jetzt mal Steam ausgemacht, weil... Das ist doch unter aller Kanone. Das man nicht mal umgestört aufnehmen kann, ohne dass irgendwie irgendjemand auf Steam oder auf der Switch online kommt. Das muss doch nicht sein. Ich werde es diesmal schneiden. Tut mir leid. Das ist não. Ich war es nicht. So. Ah, scheiße. Oh, scheiße. Crap Beach. Was? Schrott? Schrottstrand? Oder... Schrottstrand. Ja, oder Krabbenstrand. Ich habe jetzt ernsthaft Schrott rausgelesen. Würde aber keinen Sinn machen. Ja? Dann vielleicht... Ja, ich hab auch gyne. Ja, ich hatte auch echt ... Ja, wow. Ich warte immer noch darauf, dass ich einmal sterbe. Aus billigen Gründen. Nö, du kannst nicht. Ups. Scheiße. Äh, auf die Dach fand ich was springen. Warum? Ich bin mal weg. Wo ist die Boat? Scheiße. Schon wieder Mario-Maker-Musik. Ich würde schon sagen, wehe, das trifft mich jetzt. Dann werde ich aber sauer. Oh, das hat etwas von dem Vanillageister-Schiff. Dann einmal so und dann so. Dann wants die Gantehe-Schiff. Dann den PA. Okay, das ist wie in Vanilla. Alles klar. Okay, das hätte mich jetzt zweimal hitten können. Warum auch immer. Kommt jetzt schon das nächste Schloss oder muss ich gleich vorher den Part beenden? Ja, das Schloss kommt. Aquatic Castle. Das sieht ja nice aus. Ah, Wasserfysik. Okay, Power abbrauchen wir nicht. Wir haben genug. Ja, will kch! Ich tep! Eee! vorsicht schwarze blöcke jetzt schnell hoch wir suchen ich bin vorausgestattet ok bin hammer os morten schmutz sehr schön und damit werde ich den path beenden bis zum nächsten mal ach so es ist die strats bis kassel on the small islands die 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 Vielen Dank.